Get, 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 get on the floor! Das waren safe 5 bis 300 Leute. Schönen guten Teil, ich bin von der Westdeutschen Zeitung. Was geht denn hier ab? Was geht bei den Storys ab? Management ist kennig komplett. Versuchen wir die ganze Zeit. Ein Kind wird vermisst. Jo Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video verschenken wir Sachen an euch und alles ist dabei. Von der Möglichkeit ein iPhone 14 zu gewinnen. Gaming Equipment, Shisha, Schuhe, alles dabei, Gutscheine. Wir haben alles mögliche dabei und das Lustige ist, ihr müsst nicht mal was dafür tun. Warum machen wir das überhaupt? Ich möchte einfach den Leuten mal zeigen oder die Leute motivieren auch mal was zu geben und nicht immer nur was zu nehmen. Und deswegen, gutes für Krefeld. Und ich würde sagen, los geht's! viele Pfle, wir sind noch mal her und anhören mit ihr. Weil ich keine Zahl her. Ich kann sie nicht, aber ihr ist nicht allein. Ich liebe sie, ich liebe sie, aber ihr ist nicht allein. Ja, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down Dance the light away, live your life and stay young on the floor I really thought you were on my side But now there's nobody by my side I need you, I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down 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 Oh, 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 oh. Ich versuche mal die ganze Zeit reinzudringen. Ich muss mich noch loswerden Leute, deswegen darf ich die noch kosten. Ich versuche mal die ganze Zeit reinzudringen. Ich versuche mal die ganze Zeit reinzudringen. Ich versuche mal die ganze Zeit reinzudringen. So Leute, es waren wirklich zufällige Menschen da. Ich weiß jetzt nicht wie viele Menschen es waren, es waren safe 200 bis 300 Leute. Elischa wurde gerade mitgenommen und wir sind jetzt in der Bahn, wir fahren jetzt zu Elischa und zu Elischa. Den ultimativen Gutschein für alle Männer, Königs Friseur, ich würde sagen, wer will Königs Friseur Gutschein? Ich bin krank. Was ist hier passiert? So Leute, JJ Mobile aus Krefeld, bester Handyladen, wo man Handys reparieren kann, Zubehör kaufen kann. Warum ist hier nichts drauf? Ey guck mal, guck mal, Bruder, 1-5-7-Floß, mein altes wurde geklaut. Guck mal, du gehst da hin und kannst für 20 Euro was machen. Das ist deine Mom, okay? Ich schick den Weißbuch, Leute. Musst du nicht, musst du nicht. So Leute, das war's mit dem Video. Dieses Video lief gar nicht nach Plan, wie wir das geplant hatten. Wir sind jetzt gerade im Taxi und fahren weg, weil wir sonst verfolgt werden. Und ja, alles andere habt ihr schon im Video gesehen. Nächstes Mal machen wir das organisierter und geplanter und sicherer und noch viel größer. Und ja, wenn ihr dabei wart, gebt dann einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht dabei wart, trotzdem. Oder kommentiert das Video, teilt das mit euren Freunden und lest die Zeitung auf jeden Fall. Oder ich hoffe, wenn das Video online kommt, dass ihr die Zeitung gelesen habt. Denn die Presse war auch da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. hooked. Und dann geht's .